So, herzlich willkommen zurück zu Metal of Horner, jawollah, jawollah, mit dem Sporn natürlich. Jo, in separaten Sporn, natürlich. Und wir... Oh, warum sind wir denn jetzt getrennt worden? Von Gegner. Ey, Leute, ich kann gerade kotzen hier. Partybeitreten, Andi, habe ich jetzt erstmal gemacht. Vielleicht sind wir nächste Runde wieder zusammen. Ja, wir spielen jetzt erstmal alleine. Gegeneinander. Gegeneinander. Ja, wir haben die ganze Zeit auf dem Server gespielt und es gab keine Probleme. Ich habe nebenbei mir noch Chili con carne reingehauen, weil jedes Böhnchen gibt ein Böhnchen. Ja, äh... Oh, Volltreffer. Ei, 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 da kommt einer von der Seite. Ja, ich spiele Angreifer, wollte ich dir erzählen. Mal ein bisschen hier andere Klassen zocken mit euch. Vielleicht sind wir nächste Map wieder zusammen, ich und Andi. Auf was. Lassen wir uns überraschen. Wir haben vorhin super zusammengespielt. Vor meinem Essen. Ey, ich habe doch die ganze Zeit da mit dem Granatenwerfer rein gewummst. Hätte ich mal noch eine HIE geworfen. Ja, die Runde fängt gerade ein bisschen gedröppelt an, weil ich mich gerade frage, warum wir wieder getrennt worden sind. Ja. Es ist gerade wieder ein bisschen... Rücken vor zum mittleren Sektor. Nervig. Aber gut, was soll's. Oh, Mitte haben wir. Hört mir nicht übelst blind. Welcher Sack war das? Ich sehe nichts, ich sehe nichts, nur geflasht und unterbrochen. Jetzt weiß ich, wie die anderen sich fühlen, wenn wir beide die Klassen zusammenspielen. Hallo. Und der eine Flasch nacheinander reinfliegt, ja. Ja. Jawohl, M-123. Boah. Ey. Da ist er down. Hört auf, im Zahn, ja. Und das drückt. Wie, wir sind nächste Map nicht wieder zusammen, ey. Das sag ich dir. Dann werde ich aber stinkensauer hier. Das kann nicht sein. Dann, wenn wir aufnehmen, passiert immer irgendwas, Leute. Wirklich, jetzt ohne Scheiß. Also, wir haben so einen richtigen Fluch schon an uns. Ja. Das ist echt schlimm, ist das, ne? Ja. Oh, da hat mich aber gerade einer getroffen. Von einer weiten Entfernung. Eine Runde rutschen hier. Und dann kriegt der Blader einen drauf. Bam. Bam. Wenn ich das gleich nicht aus meinem Zahn kriege, kriege ich einen Rappel hier. Boah, er hat sich so ein Reis genau zwischen den Zähnen reingerammt. Ich sag, soll ich richtig nervtöten gerade hier? Aber egal. Boah, elf Prozent nur noch. Wo ist mein scheiß Buddy, Mann? Jetzt stirbt er auch noch, der alte Drecksack. Ja, komm, Spawnsch hin bei mir. Komm. Ich brauch Leben. Komm. Oh, jetzt läuft er auch noch weg, Mann. Bleib doch hier, du Trottel. Danke. Mal nachladen hier, so. Ja, da hab ich ihn. Ja, ha, 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 ha. Nee, 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 nee. Warum hast du mein T-Mate nicht? Ne, ich hab zwischendurch, wenn du das Video nachher siehst, wirst du genau sehen, dass ich deinen Namen gesehen habe und sofort drüber geswitcht habe. Oh, ihr Helden, Alter. Eins, zwei, ich werde nur geblockt von meinen Teammates, aber man merkt sofort, wie schlecht ich werde, wenn ich ein Team habe. Selber habe ich aber auch, Andi. Aber wir wollen jetzt ja nicht meckern. Nein, ich meine nur, dass ich halt nichts zu geschissen bekomme, wenn du nicht da bist. Nehmen wir es nochmal von hier. Alter, was geht hier ab, Mann? Wir fliegen nur noch Granaten. Ey, weißt du, die Buddys, auch wenn die anderen vorbeilaufen, die drücken nicht mal E, ne? Hallo, ich brauche Heal, du Penner! Oh, ey, so nervig. Also so leid es mir tut, Leute. Sorry für meine Ausdrucksweise gerade, aber... Es nervt halt einfach. Komm, ich brauche Lenkraketen. Ey, ich konnte nicht, ich drück die ganze Zeit E und ich konnte kein Heal machen. Oder kein Geben oder kein Bekommen. Oh, meine schöne Kill-Serie vorbei. Puh, hehehe. Die habe ich mir geholt. Naja. Geh kacken, Alter. Scheiß Camper da, immer weggerotzt, die Drecksau. Ich stelle mich in die Kiste. Kann ja nicht sein hier. Aber trotzdem sehr ausgeglichen, die Teams. Ausgeglichen? Ihr habt alle Punkte. Echt? Weil ihr vorhin unseren Punkt angenommen habt. Oh ja, stimmt. Aber Andi, soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Das liegt nur daran, weil du... Äh... ...nicht mit mir zusammen spielst. Absolut. Oha, von wo? Äh... Bist du schon hinter uns, oder was, du kleiner Kackvogel? Du solltest vielleicht... Ah, gut, jetzt habt ihr zwei Sektoren. Wir gewinnen. Rücken fort zum südlichen Sektor. Greifen nördlichen Sektor an. Rücken fort zum nördlichen Sektor. So, Norden haben wir schon mal wieder. Raketenwerfer hier. Ja. Ja! Ja, da hab ich richtig einen reingedrückt. Mit Impfsprung, mit Mör... ...mit den Dingels. Ich glaub, das war noch Impfsprung. Ich bin ein dreckiger Schieter. Ja. Verlieren mittleren Sektor. Wartung, Kiefer, deutsche Atlas. Feindliche Drohne hat euch erfasst, Atlas. Verlieren nördlichen Sektor. Bitte verloren. Ja, nicht mit mir, du kleiner Kackvogel. Boah, lasst mich weg. Jawohl, der Heli ist down. Alter, Leute, ich komm gar nicht zum Reden hier. Ja, da hab ich den Spawny. Immer wenn ich am Nachladen bin, kommt einer um die Ecke hier. Hab ich ihn voll eingedrückt, Leute. Ich hab ihn eingedrückt. Schalalalalalalalalalalala. Geil, Omaat. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. So, und da sind wir auch wieder zurück. Ne, noch nicht. Leider sind wir immer noch nicht zusammen, Leute. Ja. Mal abwarten, was passiert. Wo du aber komplett alleine bist, ne? Ja. Sektoren kontrollieren. Ja, mal abwarten, was kommt. Sonst werden wir nach der Map nochmal auf einen anderen Server gehen und nochmal einen vollspielen. Bisschen. 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 Meine Leute sind schon wieder zu doof. Alle stehen an einem Punkt am Anfang. Und nehmen den ersten Sektor ein. Alle, die laufen jetzt erst weg da. Sieh ich gerade. Oh, jetzt bin ich, glaube ich, gerade... Ah, doch, Glückwunsch, ich habe gedacht, jetzt wäre ich aus der Map gerutscht. Oh, oh! Nein! Na, jetzt nagelt er uns aber gut ein, Andi. Well. Greifen natürlich in Sekta an. So, jetzt aber. Scheiße! Das nicht! Oh! Alter, was geht hier ab? Glaubst du ja nicht. Och, Mann, immer diese fucking Minen überall! Das ist echt nervig, ja. Kann nicht sein, kann nicht sein, kann nicht sein. Scheiße, zu hoch. Mann, wieso ziehe ich denn immer zu hoch, Leute? Das kann nicht sein. Jetzt aber... Nein. Glaub, da ist ja keiner mehr oben drinne. Jetzt aber von der Seite. Oh, 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 oh. Den haben wir. Jawohl. Oh, Mann, ey. So. So. Ja, die Höhe hätte jetzt gepasst, aber ein bisschen zu weit rechts. Boah, jetzt war ich zu niedrig, so eine Scheiße hier. Oh, ey, jetzt rotten sie uns aber aus hier. Also da haben wir keine Chance mehr gegen Andi. Ihr rockt eigentlich übelst weg. Ja. Achtung, Entdeckung! Oh, ey, Mörser! Entweder kommt ein Swing-Split, dann kommt ein Mörser. Also da habe ich keine Chance gegen. Na, liegt dich doch hier nicht unter das Auto, Mann. Was bringt dir denn das? Versucht doch hier raus. Komm, ihr Ableimer. Oh, oh, oh! Oh, oh! Ja, da habe ich ihn noch mitgenommen, den Spawn. Ne, der Spawn hat mich mitgenommen. Von da hinten hat er gesessen. Es ist nicht wahr, es ist nicht wahr. Weiter geht's, weiter geht's. Ey, er schießt dieser fucking Granatenwerfer grad nicht. Mann, ich drücke und drücke. Ja, jetzt sind wir hier eindeutig eingekesselt. Jetzt muss ich gucken, wie ich hier am besten mich fortbewege. Boah, Raketen! Ja, jetzt sind wir ausgerottet, unser Team. Ja. Jetzt muss ich mir jetzt... Jeden zusätzlichen Krill gibt's hier eine Rakete nach der anderen. Ja. Ey, wie viel Schuss denn noch mit der Pistole? Das ist ein reines Gemetzel hier nur noch. Ja, ja. Das ist kein Gemetzel. Unsere Jungs sind einfach nur zu dämlich. So leid es mir tut, statt da mal drei, vier HEs reinzuwerfen. So, so. So, zwei Kills. So, wo war das jetzt so schwer, gerade die Leute da wegzunehmen? Die Leute müssen nur mal ein bisschen nachdenken. Jeder hat HEs oder Flash oder was weiß ich. Also, aber die Leute denken halt nicht nach. Ja, jetzt gibt's das Little Bird. So, ich weiß nicht, es muss mir uns immer verstecken. Okay. Scheiße, unterher. Ja, lol, die HE war weiß. Hätte ich gar nicht sterben dürfen. Egal. So, und wenn wir nächste Folge jetzt nicht zusammen sind, dann werden wir den Server erst wechseln. Und werden dann halt wieder eins voll spielen. Weil sonst macht uns beiden das persönlich keinen Spaß. Weil dann brauchen wir kein, nicht zu zweit hier spielen gehen. Dann kann jeder einzeln aufnehmen. Ach guck, unser Olaf-Kollege ist da. Naja, wir sind doch vorhin auch ins CS geschehen. Ich hätte ruhig mal ein Wort sagen können. Haben sie doch. Ja? Ja. Dann lauter. Klar. Verlieren südlichen Sechson. Mission gescheitert, wiederhole Mission.